So, damit alle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Modus und jetzt wird geguckt. Warte, nur... Ich habe eine Frage für dich. Entschuldigung, Herr, du musst deine Zeit warten. Sag mir erst einmal, glaubst du wirklich, dass jemand großartig ist? Mit genug hartes Arbeit? Ja. War das da, wo ich falsch ging? Ich habe einfach nicht so hart genug gearbeitet? Ivor? Ist das wirklich du? Wie darfst du, dass du so ausdrücken kannst? Wie weiß du, wer er ist? Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich 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 noch nicht wusste. Aber was ich wusste, ich nicht mag. Das Gefühl ist völlig mutual. Warum sagst du ihnen die reale Geschichte, Gabriel? Ich sehe, Zeit hat dich verletzt. Und es hat dich verletzt, ein viel größer Typ. Jetzt diese Leute wurden gegründet, und ich bin bereit, zu geliefert. Entschuldigung, das ist wie sie lernen müssen. Gabriel, du musst ihn verletzen! Oh je. Oh je. Und da haben wir den Wither. Das ist jetzt gar nicht gut. Ah! Zu spät gesehen. Ich habe den Pfeil einfach zu spät wahrgenommen. Oh je. Oh je. Ich muss halt mal sagen, ich habe noch nie gegen den Wither beim normalen Minecraft gekämpft. Oh je. Oh je. Okay. 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 Oh nein. Oh nein. Okay. Und es ist zu. Oh nein. 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 Und das war überhaupt ein Spekedenschwein. Oh nein. Oh nein. richtigen wir dann nicht also mit dem im minecraft wird nicht so okay oder die und er hüpft einfach die ganze zeit immer noch oh nein muss ich jetzt wieder drücken nein okay es ist echt nur noch kurde reichiger okay alter wie willst du das misstvieh noch besiegen unser zombie alter was ja okay äh nein nicht rein das ist ein bisschen scheiße man muss echt die ganze zeit drücken was ist das denn da für ein für ein monstrum ey wir werden einfach creeper und so wo kommen denn jetzt die tentakel her warum sind wir eigentlich so langsam ey wir sind voll scheiße im laufen Wir haben hier. Genau. Wir schaffen es aber irgendwie gerade immer wieder. So. Keine Zeit verlangen hier, danke. Der ist jetzt egal. Der ist jetzt gut. Okay. Äh. Da freue ich mich auf, wie ich mich finde. Also im Normalfall sitze ich am PC. Haha. Anspielung auf den Namen. Und weg. Und. Oh, Petra. Oh, Petra. Sicher, dass du nicht mitkommen willst? Äh. Sorry, aber sie kenne ich besser. Danke, Jesse. Gabriel ist noch da draußen. Jesse! Geh! Nein! Nein! Au, Uco. Okay. Gut. So, so viel zum Punkto. Portal. Und durchgehen. Das ging schneller als erwartet. Haha. Okay, jetzt sind wir im Nether. Super. Sie wollte nicht mitkommen. Jesse? Was ist er mitkommen? Weil es nicht so klingt. Es war Chaos. Es war nicht viel, was ich konnte. Jesse ist recht. Petra ist noch da oben. Ich bin schraubt. Nur für einen Moment. Du warst schraubt? Es war nicht meine Schuld. Du warst schraubt, und es ist nicht deine Schuld? Ne, okay. Die Schuld von ihm ist es hervor. Ich bin schraubt. Wir müssen nur warten. Denkst, was du in den Weg gehst. Es ist nichts, was du tun kannst. Wir können da echt nichts machen. Wir können da echt nichts machen. Sicher? Ich glaube, sie bin ich. Nein, 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 nein. Noch nie. Dieses Mistviech. Macht unser Portal kaputt. Wir schlagen ihn erst mal. Tut mir leid, aber... Trotzdem bleibt es jetzt sein. Es ist nicht so, wie du siehst. Ja, Gabriel's fate. There's nothing left up there. Nothing but that wither storm. Why are we wasting time talking to this jerk? We have to go and get Petra. The girl. I saw her. What? While I was running toward the portal, I passed her. She was running in the opposite direction. Such bravery. Of course. There's a fine line between bravery and stupidity. Hm. And your friend has crossed it. I'm saying she's stupid. Our friend is in trouble because of you. We're trapped in the nether because of you. You have much bigger problems to contend with. Through that tunnel is a network of mindcards built by the order of the stone. It's your only way out. We should go that way. Time is wasting. Let's go. Okay, da sollten wir schon. Much as I hate to admit it, he might be right. Das ist das Traurige. Ich möchte ihn trotzdem ganz gerne töten. What was that? I would wish you good luck, but luck won't carry you through the nether. You have my sympathies. Das war so klar, dass sowas passiert. Deswegen habe ich ihn auch geschlagen. Let's get out of here. Run! Oh, nein. Oh. Wir sollten hier jetzt weg. Okay, hat ja relativ gut geklappt, natürlich. Das war so richtig. Wow. The nether. Ja, das ist ein viel Lava. Und Feuer. Und andere Dinge, die dich zu sterben können. Oh, nein! Oh, das ist ein Traurige. Das ist sehr, sehr, sehr ein Traurige. Was wir nicht über die neue Leute reden? Was Traurige? Oh, crap! Du bist nicht so glücklich. Everybody, hold on! Und Axel nimmt die Arme nach oben. Das hatte ich eigentlich auch vor. Also, äh, hatte ich gerade überlegt, aber dann dachte ich mir, nein, okay. Wir sollten ein gutes Beispiel sein, aber na. Hup! Damit habe ich nicht gerechnet. Wunderbar. Bleib doch einfach unten. Okay, so, ich bin nicht derjenige, der sieht, dass wir aus dem Traurige gehen, richtig? Nein? Gut. Jesse, das ist der Switch. Jetzt, mach es! Oh, Arms, nicht jetzt. Okay. Hoch. Boah. Das. Ist episch. Wenn das in echt Minecraft geht, das ist richtig gut. Oh, okay. Und du weißt, wie ich gesagt habe, dass alles ganz gut ist, bevor ich weiß. Ich weiß, dass ich dann falsch war, aber ich habe eine sehr gute Gefühl, über diese Zeit. Oh, okay. Oh. hinbekommen ein herz verloren aber ansonsten geht es uns gut finde ich schon mal schön ich muss einfach sagen der war von dem spiel ist echt gut das muss ich leider zugeben das stimmt Ja, muss das sein. Okay, das haben wir ja ganz gut hinbekommen und ich verabschiede mich jetzt in diesem Sinne. Lick ihm um da und schau Leute, euer Shinigami. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Story Mode. Auf Wiedersehen. Tschüss.